Herzlich willkommen zum Adventskalender-Gewinnspiel von RolloReaper.de. Heiligabend Gedränge an der Fleischtheke. Es liegen noch ein paar kleine Puten in der Auslage. Fragt eine Blondine, haben Sie noch welche, die größer werden? Nein, gnädige Frau, die sind alle tot. Unser Snipey ist ja alles andere als tot. Er wird auch diesmal wieder ein Türchen für uns öffnen und zeigen, welcher Preis dahinter steckt. Also Snipey, dann leg mal los. Ah, eine elektronische Wetterstation. Das Einzige, was die Wetterstation leider nicht kann, ist für warmes Wetter und Sonnenschein zu sorgen. Trotzdem ein toller Gewinn. Wer ihn bekommt, zeigt uns diesmal ein angehender Mediengestalter von RolloReaper. Und zwar Max Schwippert. Hi Max. Hallo. Was machst du Schönes bei uns? Ich bin Praktikant als Mediengestalter und ich erstelle Logos und Anzeigen und helfe bei der Homepage-Gestaltung mit. Ah, prima. Ja, dann zieh doch mal den glücklichen Gewinner bitte. Jo. Der Gewinner ist Georg Melchior von Facebook. Ja, prima. Danke dir. Ja, Georg Melchior, herzlichen Glückwunsch auch von mir nochmal. Für alle anderen, die noch mitmachen wollen, es sind noch zwei Tage bis zum Einsendeschluss. Also am besten gleich auf RolloReaper.de anmelden. Ob Sie dann auch unter den glücklichen Gewinnern sind, zeigen wir Ihnen täglich bis Heiligabend. Also, bis morgen und Servus.